Musik Natürlich ist es auch ein Problem, wenn die Frau unterwegs aussieht und der Mann sitzt zu Hause und denkt, was macht sie jetzt, betrifft sie mich? Und da muss man wirklich sagen, das habe ich vorhin schon angedeutet, niemand ist das Eigentum eines anderen Menschen. Ob man jetzt heiratet ist oder nur zusammen lebt, man muss, man braucht seinen Freiraum, weil sonst, wissen Sie, sonst wird es auch irgendwann zu Hause ganz langweilig, wenn man immer zusammenkommt und nie etwas eigenständiges unternehmt, dann hat man überhaupt keine Möglichkeiten mehr, Erfahrungen auszutaben. Und das nämlich auch in der Ausbildung. Hallo, hier ist Erika Berger, guten Abend. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich möchte mit jeder Frau schlafen, die mir gefällt. Musik So spricht Erika Berger. Ein Mann nach wenigen Jahren einer Ehe, die bisher in Harmonie und Eintracht verlaufen war. Wie gebannt schaue ich mich um, wenn ein schlankes Mädchen daherkommt. Die Frauen sind für mich Leben. Alles, was irgendeine Anstrengung lohnt, alles, was die Kräfte wieder auffrischt, liegt in den Frauen verborgen. Ich wage es meiner Frau gar nicht zu bestehen. Ich schäme mich von mir selbst. Eines schönen Tages kam ich zu der Überzeugung, dass ein gewisses Mädchen, ein zartes, lächelndes Mädchen, mir alle die Göttinnen meiner Träume würde verkörpern können. Der Bericht über die verschwiegene Not dieser Unbekannten steht stellvertretend. Statt, dass meine Ehe mich befriedigte, löste sie bald in mir einen Sturm von lang unterdrückten Wünschen und gefesselten Begierden aus. Wenn er wüsste, was er gemacht hat, dann soll er sich machen, dass er nicht jeden in den Tipp, der dieses Problem hat, er soll mal in die Pizza wieder reingehen und dann soll er mal in den Öfen reingucken, in den Pizzaofen. Mancher Mann resigniert. Dann warf sie regelmäßig einen Blick auf die Uhr. Es hatte anderthalb Minuten, manchmal eine Minute, niemals zwei gedauert. Lassen wir sie weitersprechen und lassen wir zu, dass solche Not offen ausgesprochen wird. Ich hatte zwar keine Schmerzen, doch ich empfand nichts. Wie es mein Mann erging, weiß ich nicht. Wir schämten uns, miteinander zu sprechen. Ah, ich habe deinen Mund getippt! Eine Passion, ich habe das sind die Passion, die in uns sind, aber sie suchen, um zu zerstören. Sie sind gegen deine Seele. Sie kämpfen gegen deine Seele. Sie kämpfen gegen deine Seele. Das bedeutet, deine Seele zu zerstören. Diese sind die Seele zu zerstören. Und wenn sie dich bekommen, dann sterben. Von diesem Augenblick an wurde dieser offenherzige Mann rätselhaft. Wir meinen, in einer Situation, in der wir keine Reklame anschauen können, die nicht mit erotischen Mitteln zu wirken und oft zu verführen sucht, ist es notwendig, in Nüchternheit und Ehrfurcht die Nöte zu bekennen, an denen so viele Ehen tragen. Zahllose Männer könnten in ähnlicher Weise sprechen. Auch sie war verheiratet, die aus ihrer enttäuschten Ehe heraus sagte, Ich möchte jede Nacht einen anderen Mann. Am besten drei. Das war natürlich übertrieben. Das war natürlich übertrieben. Ich wünsche euch, als sojourners und exiles, abstain von den Passionen der Blüten, die Kriegung gegen deine Seele. Ich wünsche euch, dass ihr ihr habt. Ich wünsche euch, dass ihr habt. Ich wünsche euch, dass ihr habt. Ich wünsche euch, dass ihr habt. Ihr habt viel Zeit. Apartment? Was are you talking about? You crazy? Don't you believe anything I tell you? I don't believe you were working so hard at Mike's Grill, that you couldn't even call me up. In fact, I don't believe you were working at all. Mehrere tausend Male gehen Mann und Frau während der Ehe in ihre Geschlechtsgemeinschaft ein. Und immer wieder entstehen gerade hier die verschwiegenen Nöte und Verletzungen, über die zwei Menschen kaum je ein Wort Jahrzehnte hindurch sprechen. You fall into sin. And you may think, well, God can forgive you. And undoubtedly he can. But I'll tell you this. If you think that you can play with sin and not bear the consequences of it for the rest of your life, you're crazy. Darunter verbirgt sich auch stets eine verschwiegene Not, über die der folgende Bericht einer Frau sprechen soll. Wir sehen jetzt heutzutage, dass durch diese ganze Unzucht, wie also die Gesellschaft eigentlich auseinanderklappt und wie es viele Probleme gibt. Auf jeden Fall, das muss man sich merken. Ja, hundert Peitschniebe gibt es dafür. There. I knew it all the time. Lipstick. You deceitful liar. Who is she? Just tell me your name. That's all I want to know. Who is she? Die Zeit, die vielen, vielen Jahre, die Tage und die Nächte, muss da nicht alles schal werden? Und wirklich, kaum war es vorbei, wünschte Michael seiner Frau eine gute Nacht und sank in Schlaf. Aber die Feindschaft der Mehrheit wendet sich durch, stets gegen die, die auf geistigem Gebiet ins Unbekannte vorstoßen. Doch wie oft hören wir den Einwand? Ach, diese kurzen Augenblicke der Lust nur ein paar Sekunden, wenn es hochkommt. Sind die denn so wichtig? Darauf kann ich verzichten. Öffne deine Augen. Erhebe deine Augen wieder, Johanna. Warum schiehst du das nicht an? You're Spine, the cheapest woman in town. Why, she has a worse reputation than some of the women who go to her beauty shop. And everybody in town knows what they are. It's losing control in a sexual way. What? I mean, basically control has the idea of keeping myself within bounds, keeping myself constrained, keeping myself from overstepping. Alle anerkannten Religionen, außer vielleicht die Neumodschitz-Winger-Club-Religion, oder auf den Ballermann 6 im Alkohol-Hausch, und sie könnten ihn zum Abfall verbringen, ja? Ein Mann, also Unzucht begannen hat, schon mit einem Mann gestorfen hat. Aber jetzt, wenn man sich den Hundert zum Partner gewechselt hat, ist alles nur noch wie Unterwäsche wechselt. Das heißt, die Gefahr, dass dieser Mensch fremd geht, ist viel größer. Warum? Weil es ist einfach für ihn. Es ist eine Routinearbeit. Dann reißt euer rechtes Auge aus und wirft es vor eure Füße. In manchen Ehen wird nie ein Wort ein Leben hindurch darüber gesprochen. Beide tun, als gäbe es diese Erfahrung nicht zwischen ihnen. I'm so happy. It's all so wonderful. This was what he was trying to tell me, and I doubted him. I wouldn't even give him a chance. He really was working. And the lipstick's near. From Lorraine's lipstick, but not from her lips. Oh, what a fool I am. Don couldn't have touched her, of course he couldn't. He's too straight, too decent. How could I have even thought about it for a minute? Das hätte ich nicht gedacht. Ich tippte nur an, da brach es aus ihr heraus. Auch Vorwürfe machte mir meine Frau. So hatte ich ihn noch nicht gesehen. Er war müde und erschöpft. Bisher war er immer fürsorglich. Jetzt ließ er sich gehen und war gereizt. Mein Mann ist ein großer Junge. Wenn Besuch da ist, gibt er an. Ich kann das einfach nicht leiden. Wir haben viel Besuch, vor allem am Wochenende. Meinen Sie aber, dass mein Mann mir einmal hilft, wenn ich einen Berg von Geschirr in der Küche habe? Nein, dann legt er sich schlafen. Überhaupt ist er so wehleidig. Er ist oft krank und fehlt häufig im Betrieb. Ich habe ihn mir ganz anders vorgestellt, als ich geheiratet habe. Ach, das von heute Nacht muss ich noch erzählen. Ich geniere mich etwas. Der Älteste war krank und ich war wohl etwas ungeduldig. Mein Mann fuhr mich an, halt den Schnabel. Dann schrie ich zurück, ich hasse dich. Die Handlungen, die ein so lächerliches Zerrbild des Liebeslebens waren, nahm sie mit der gleichen gutmütigen Geduld auf sich wie andere häusliche Frohn. Sogar über das Nicht-Einschlafen hatte ihre Langmut gesiegt. Gleich entschlummerte sie an Michaels Seite mit der angenehmen Vorstellung, morgen würde er sie unbehelligt lassen. Weil sie in der Tiefe der Wesen die beiden Gatten entfremdet, dort, wo sie beide einander nähern sollte. Wenn sie sich unterzeichnen, sie sagen, was ist wahr, was ist wahr, die PASSION, die PASSION OF LUST, based auf diese Versagen? Lust, was ist wahr, iseXUAL LUST, die PASSION OF LUST, based auf, was, let me tell you, das Welt ging crazy nach Sex, und das erste Ding he deals mit, Fornicators, adulterers, sexual immoral, homosexuals, impure, they do not inherit the kingdom of heaven. Ist es denn gleichgültig, ob Mann und Frau ihre geschlechtliche Gemeinschaft als Quelle von Lust und Freude erfahren? Ob eine Frau ein Leben lang empfindungslos bleibt und der Mann die Schuldgefühle gegenüber seiner Frau nicht los wird? Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn sie abends Müdigkeit, Arbeit vorschützen, um nicht mit ihrem Mann zusammenkommen zu müssen. Ich fürchte, ich kann eine Frau nicht so befriedigen, wie sie es erwartet. Des öfteren kommen Männer und Frauen getrennt zu einem Gespräch. Sie berichten über diese und jene Schwierigkeiten, die ihre Ehe belasten. Die meisten erwähnen jedoch mit keinem Wort ihre Geschlechtsgemeinschaft. Wie hatten wir uns darauf gefreut, zum ersten Mal einander anzugehören? Und dann wurde unsere Gemeinschaft zu einer einzigen Enttäuschung. Deswegen, man versaut, sie sprach dich selber. Mein Glied wurde nach einiger Zeit schlaffend. Ich kam nicht zu einer Auslösung. Ich versuchte es noch einmal. Dann unterließ ich es. Für den normalen Mann, der in irgendeinem Betrieb arbeitet, stellt jeder Tag von morgens bis abends eine fortdauernde Situation der Versuchung dar. Ich versuchte es noch einmal. Ich versuchte es noch einmal. Ich versuchte es noch einmal. Ich wollte nicht Hausarbeit machen und ich wollte nicht kleine und wichtige Teile spielen. Er beklagte sich irgendetwas an ihrer ehelichen Gemeinschaft fehle. Er wisse nicht was. Das Verlangen nach Lust ist maßlos. Wie oft kann es ein Mann erfahren, wie es ihn zieht und zieht nach einer anderen Frau und die Frau nach einem anderen Mann? Was soll ich nur tun? Ich mag meine Frau, aber sie begeistert mich nicht mehr. Dieses nette Ding umgabt mich immer mehr. Das Verlangen nach Lust ist maßlos. Musik Möglicherweise fällt es uns nicht leicht, die Fragen eindeutig zu beantworten. Nehmen wir einen Zettel zur Hand. Notieren wir, was uns eben eingefallen war. Auch das, was nicht herzugehören scheint. Lesen wir es morgen oder übermorgen noch einmal durch. So bringt uns die Gefahr zusammen. Lasst euch noch einmal schmecken, liebe Freunde. Und vergesst auch das Trinken nicht. Die Flasche ist bald leer, Herrgott. Die letzte. Die allerletzte. Ich schäme mich, es ihnen zu gestehen, aber ich muss sagen, davon hatte ich nicht die geringste Ahnung. Die Versuchungssituation, in der viele Männer stehen, wird verschärft. Juhu! Ginny denkt, dass sie das Geil zur Popularität hat. Parking in Autos mit den Jungen am Abend. Wenn Jerry fragt, dass Ginny auszupackt, lernt er, dass sie alle Jungen anzupackt. Ob das jetzt mal hier passiert oder da passiert, deswegen verliebt die Schamhaftigkeit. Die Schamhaftigkeit zeigen häufiger als physische und soziale Abweisungen Frauen in stärkerem Maße Männer. Wir könnten entschuldigen, er war ungeschickt und unerfahren wie viele andere Männer. Sie vermögen ihre Sehnsucht nach den Gefährden, das Verlangen nach Zärtlichkeit und geschlechtlicher Gemeinschaft, noch nicht miteinander zu verbinden. If you are involved in sexual sin, internet pornography, illicit sexual immorality, sexual, listen, let me tell you this, where you are with sexual passions, you die in your sin, you go to hell, saving faith is sin-killing faith. Was Sie sagen, zeigt, wie ungemein groß der Hunger nach Lust in unseren Tagen ist und wie selten er gestillt wird, innerhalb und außerhalb der Ehen. Untertitelung des ZDF, 2022 So sind die Männer. Es geht ihnen nur um sich, wenn sie nur ihre Befriedigung haben. Was mit mir wird, ist ihm gleich. Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohren Schmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohren Schmaus verzichten soll. Lustvoll und qualvoll ist es, sie anzuschauen. Verstehen Sie das? Nein, die Sache ist einfach die, dass ich hoffnungslos enttäuscht war von allem, was eine gute Frau und eine anständige Ehe mir zu geben hat. Now, why do they invite Carolyn to join their group when Ginny wasn't welcome? Is it because they like the way she looks and dresses? Because she seems as interested in girls as in boys? Sie antwortet, wenn ich sie frage, war es schön? Ja, es war schön. Sie ist hingebend und anschmiegsam. Sie ist in unserer zweijährigen Ehe noch niemals zu einem Orgasmus gekommen. Drogengebrauch. Wie viele Junkies sterben jedes Jahr an ihren Drogenproblemen? Schaut mal an, wie das angefangen hat. Das hat oft mit solchen Beziehungsproblemen angefangen. Ich weiß nicht so recht. Meine Frau wünscht sich viel häufigeren Verkehr als ich. Mir ist es oft gar nicht danach. Wenn er doch einmal mein Gesicht liebkosen würde. Er hat mich noch nie auf die Augen geküsst. Ich verstehe nicht, was die Männer nur damit haben. Mir würde es genügen, ein- oder zweimal im Jahr mit meinem Mann zusammenzukommen. Ich merke schon, wie die Unregelmäßigkeit unseres Geschlechtsverkehrs uns beide gegeneinander gereizt macht. Sehen wir deutlich. Auch die erfüllteste geschlechtliche Gemeinschaft gerät einmal an die Grenze der Gewöhnung. Überdruss kann entstehen oder das Verlangen nach einem anderen Menschen. Von dem Anfang haben wir lernen, wir lernen, zu leben zusammen und zu lieben zusammen. Lernen, zu adjustieren, verschiedene Sexual-Responsen. Dann, plötzlich, es war Zeit für Pete zu gehen. Aber ich denke, wir haben, wir haben sehr gute Verlangen gemacht an den Affecten und unser Sex-Life- und Decisions- und unser Geld-Mögen. Sometimes, ohne ein Wort zu sprechen. Wir erkennen also, ebenso stark wie das Verlangen nach Liebe, nach Lieben und Geliebtwerden, ist das Verlangen nach Lust. Ich denke, auch meinem Mann ist es schon langweilig, immer nur mit derselben Frau schlafen zu müssen. Mir macht niemand mehr etwas vor. Die Ehe hält nicht, was sie verspricht. Eine Freundschaft für einige Zeit, ja. Aber dann sollte man sich trennen. Lange, allzu lange wurde im Abendland die geschlechtliche Lust verteufelt. Es ist an der Zeit, sie wieder in ihrem schöpfungshaften Sinn anzuerkennen. Your mind is full of perversity. You think sexually illicit, profane thoughts, unholy thoughts. Sinners, I mean wicked ones. Full of all sorts of sexual morality, all sorts of perversity. You will die. Bringing from death to life kind of power. The passion of lust. Based on these verses. Lust. But I know now the real trouble is me. If I believe in us, he'll believe in us. But I know now the real trouble is me. If I believe in us, he'll believe in us. But I know now the real trouble is me. Durch diese ganze Propaganda, diese ganze Propaganda des sexuellen Freizeit, also Vergnügen, in diesem Stück zu haben, das ist nicht irgendetwas verboten, das ist eines von den paradiesischen Freunden, daher können wir in viele Beziehungen. Der dritte Schritt, den wir zeigen wollen, ist original von Milli Vanilli. Die Arme pendeln abwechselnd. Dasselbe passiert parallel dazu mit den Beinen. Nun alles zusammen. Und damit es nicht so steif aussieht, wird dieser Schritt locker mitgesprungen. Durch diese ganze Propaganda, diese ganze Propaganda des sexuellen Freizeit, durch diese ganze Propaganda, diese ganze Propaganda des sexuellen Freizeit, durch diese ganze Propaganda, diese ganze Propaganda des sexuellen Freizeit, aber die ganze Unterhaltung kann man so nicht anfangen, weil du bist sehr, sehr, sehr in Zirken-Sensur und ich hab's ja auch gesagt, ich bin nur zurückgekommen, weil du gerade ich dich von hinten gesehen habe. Ja, aber ich kann jetzt ja nur schlecht über meine Strümpfe unterhalten. Nein, aber dein Propaganda zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Das hat man auch schon so oft, außer dem millionenfach, diesen Schwachsinn kann sich kein Mensch anhören. Ich bin zwar schwachsinnig, aber ich bin gut vorbereitet. Nein, du bist nicht so sehr gut vorbereitet. Aber du musst einfach nur in die Luft drehen über Blödsinn. Ich meine, das haben wir heute ja 20 Jahre gemacht. Das geht euch ernst nehmen, wenn ich die Gäste schon mit Hinsen bin. Ich hab dir vorhin gesagt, kommst du zurück? Ich weiß nicht, ich bin zurückgekommen für die Sendung. Aber dann ist sie rausgegangen, habe ich sehen, die hat entzückende Popo. Wenn ich glaub in uns, du glaubst, warte ich. Aber ich weiß jetzt, dass die reale Probleme sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020